Du kannst nicht mehr graben und keine Gegenstände mehr verwenden. Du kannst keine Blöcke mehr platzieren. Du kannst keine Spiele mehr angreifen. Du kannst keine Tiere mehr angreifen. Du kannst gar nichts. Willkommen zurück. Ja, mehr braucht es nicht. Das ist Minecraft? Nein, das ist gar nicht Minecraft. Ich lüge, das ist Battlefield 5. Jetzt soll ich hier mit deiner Lose durchfahren. Hä? Tja, das kommt davon, wenn du einen Rennenanzug an hast. Zu viel Rennen ist ungesund. Aber ich glaube, mir geht es auch nicht gut. Ganz klar, oh mein Gott. Prächtig. So, ich habe mir mal meine Karte geschnappt. Und... Was steht für diesen Part an? Was sollen wir denn machen? Wir könnten... Was sollen wir machen? Ich könnte mir ein Haus anbauen. Aber... Nicht hier. Ganz weit weg. Ganz, ganz weit. Auf einer ganz anderen Map. Na ja, da hinten auf der Insel, da muss ich das hinlaufen vielleicht. Nee, da kommt der Freizeitpark hin. Das geht gar nicht. Ah ja, stimmt. Okay. Nee, du hast Auswahl zwischen Wüste, Schneelandschaft oder... Baumhaus. In Dschungelwelt oder ganz rechts ein bisschen Gebirge. Das ist die Landschaft wie hier. In der Nähe auch von der Milizwelt, Pilzstadt. Also so weit ist das, oder? Hä? Das Wald? An mir sind ja gar keine Bäume. Hast du auch gerade Karte in der Hand, oder? Ja, ja. Na gut, also... Über der Schneewelt, das ist Dschungel. Da kommt eine Baumhausstadt hin. Da kannst du dir ein Baumhaus machen, wenn du willst. Oder eben in der Schneewelt oder in der Wüste unten. Oder eben ganz rechts, da ist ja auch nochmal so eine Grasfläche. Da kannst du dir auch was bauen. Wo in der Wüste was bauen? Ja, ich will überall was bauen. Also halt diesen Kreis eben. Wüste, da wo wir jetzt stehen, ach, ja, dann, was? Ja, Schnee, dann ganz rechts. Also so ein Kreis, weißt du. Okay. Da will ich ja was bauen, also Städte, kleinere. Da wo wir jetzt sind, ist die ganz große Zentralstadt, ist die größte Stadt. Sonst überall so eher Dörfer oder so. Dann baue ich in der Wüste ein Dorf, oder nicht? Okay, kannst du machen, ne? Ja. Oder auch klar, irgendwo. Ja, ich könnte auch ganz rechts anfangen. Und du ganz links, oder so? Ja, ganz rechts. Mal Kreis. Auf jeden Fall soll es halt wirklich die größte Stadt hier sein, wo wir stehen. Das ist eben die Zentralstadt, weil ja, alles andere sollen nur so fünf Häuser oder so. Also wirklich nicht so groß. Damit es hier schön zentral bleibt, nämlich. Ich hab mir, ich hab mir ja auf der, ich hab mir bei, wenn ich Kreativ-Mozos spiele, mach ich mir immer so eine super flache Karte. Mhm. Und dann baue ich mir auch immer so aus Sango-Weil so ein kleines Dörfchen. Ja. Können wir ja mal schnell machen. Ja. Jetzt, ne? Ja, mit einem Let's Play, das ist immer was Neues. Können wir mal kurz eine andere Welt besuchen gehen, ne? Und dann haben wir nicht hier immer diese stinkig alte Map hier. Ähm, die Arschülle wicht zu sehr. Ja, eben. Deshalb, ja. Die hat uns angesteckt, letzte Folge. Ja. Die stinkt zum Himmel, ey. So. Obsidian, ne? So, ich speicher erst mal ab hier, ne? Pass mal auf. Bam. Oh. Oh. Wenn du ein Portal baust, kannst du damit in eine andere Dimension reisen. Denetor. Nein. Nein. Wirklich? Ich dachte nicht. Geil. Tja, wie ihr seht, gibt es also bei Battlefield 5 jetzt Portale. Es gibt andere Dimensionen. Ja, genau. Oh Gott. Das wäre ja was. Ja. Ja gut, warte, dann wechsel ich mal kurz. Och, dann sehen wir uns mal gleich die Wäldchen an. Ja, klar. Also einfach Spy-Join. Ja, wie du willst. So öffentlich. Tja, okay, dann. Dann bis gleich. Bis gleich. Jo. So. Wunderbar. Ja, nee, wunderschön hier, ne? Dann schauen wir uns mal eine andere Welt an, so zur Abwechslung. Dann haben wir nicht immer hier dieselbe. Gucken wir uns gleich mal was anderes an. Bin gespannt. Wie können wir da kreative Einblicke erhaschen? Stirb schon. So. So, ich pflanze das nur noch schnell hier rein. So. So. Ach so, ja. Zack. So. Sorry. So, kam schon. So, ein Steaklchen. Ach, halt das Maul. Krap, 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 krap. So, und hier noch. Pass mal auf. Noch eins. Lalalala. Autsch. Na, was ist da los? So. Und das letzte Stückchen. Und. So. Dann können wir hier Spiel verlassen, verlassen und speichern. Und. Ja. Schön. Erde und Sand lässt sich mit einem Spaten schneller abbauen als per Hand. Und ja, wie sieht es mit dem Fuß aus? So. Oh. Zurück in die neue, in die alte Minecraft Textur. Flachsikare. Flachsikare. Ach, keine Ahnung, ist das schon. Dann treten wir mal den Gothic bei. Entschuldigt. So, dann los geht's. Gucken wir uns das mal an. Das hier auch, äh, total Premiere. Das haben wir auch noch nie gemacht. Ja, wird interessant. Hi. Du kannst nicht mehr graben und keine Gegenstände mehr verwenden. Du kannst keine Blöcke mehr platzieren. Du kannst keine Spiele mehr angreifen. Du kannst keine Tiere mehr angreifen. Du kannst gar nichts. Gut. Wo bist du? Hallo? Hä? Was? Wer hört mich denn nicht, oder doch? Hallo? Hä? Unsichtbar. Hä? 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 Hallo, ich hör dich nicht, hallo, ne ne, das ist nicht so, hab ich ne Karte oder so, aha, hier, grüß dich, so, was ist denn hier, ah, oh, aha, flupp, ach das ist ja cool, das ist ja geil, hm, krass, hu, ach wie geil ist das denn hier, oh, die Brücke ist ja episch, die Brücke ist ja mal geil, so, was haben wir denn hier, Dorf Laputa, ach wie krass, wie krass ist das denn, das ist so ein geiler Stil, cool, das ist ja echt awesome, boah, was ist das denn hier, ist ja mal Hammer, hm, zwar keine Inneneinrichtung, aber ansonsten, hm, ach wie cool, stimmt, das ist echt Hammer, doch, also, not bad, hm, das ist echt Hammer, doch, also, not bad, hm, Irgendwie erinnert mich das gerade an ein asiatisches Restaurant, ich weiß auch nicht. Ich kann ja nicht mehr raus. Scheiße. Hallo? Entschuldigung. Oh Gott, alte Texturen hier. Mal sehen. Holz und dann so. Oh, ha, ha, ha. Ach, Mann. Was ist die Stalle? Oh, was? Alles gibt's doch nicht hier. Ich will doch nur hier raus. Mal sehen, welches... Ups. So. Ja. Schon sehr krass. Oh, was ist das denn hier? Hä? Hallo? Oh. Hehehe. Ja, dreh dich am besten nicht um. Oh, naja, so. Ach, scheiße. Einfach nicht umdrehen. So. Ähm. Ja. Hallo. Oh. Ja. Also, ich ping das nicht. Was war das hier? Ich weiß es genau. Ähm. So. Oha, sind da viele Kühe. Was geht? Ey. Krasser Scheiß. Hä? Okay. Spawner-Kuh. So. Lass uns zurückgehen, ne? Hör dich gerne wieder. Wieder rüber. Jawoll. Rüber. Jawoll. So. Spiel verlassen, ne? Sehr krassig hier. Oh, ich sag's so. Es ist halb drei, aber nicht nachts dieses Mal. Boah. Dude. Das ist unglaublich. Gut. Ab geht's zurück in die Let's Play World. Ne, ne, ne. Oh, nein. Das wollen wir nicht. Ja. Friedlich, wa? Bleiben wir auch friedlich? Ne, wir machen es auch leicht. Ganz klar. Weitere Optionen. Penis. Pass mal auf. Ja, passt. Laden. Osama bin Ladenen. Kripa wurden aus einem Programmierfehler geboren. Das Instrument, das ein Notenblock spielt, hängt von dem Material unter dem Block ab. Schon interessant. Loslassen. Mhm. Dazu wird es dir entfackeln. Loslassen und Kürbislaternen. Kürbislaterne. Es gibt berühmte Personen, die Minecraft spielen. Gut, Freunde einladen. So, sorry. Und los geht's. Grüß dich, hallo. Oh, hä? Was? Was, wieso kennen die uns nicht? Okay. So, jetzt vielleicht? Nein? Hä, wieso nicht? Wieso nicht? Wieso nicht? Wieso nicht? Wieso nicht? Hä? Oh. Hallo? Oh. Was ist das denn für eine Scheiße hier? Ich gehör dich nicht, ne? Pass mal auf. Spiel verlassen. Tschüss. Tschüss. Ja, nee, also ich starte einfach mal Minecraft neu und auch den Part. Das heißt, der Part ist zu Ende. Der Part war mal was anderes. Wir sehen uns dann im nächsten Part, liebe Leute. Danke fürs Zusehen, wie immer. Wisst ihr Bescheid. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Trotzdem war ja mal was ganz anderes. Und bis zum nächsten Mal. Euer Gabe Schicks. Haut rein. Danke. Tschüss. Los geht's. Geil. 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 Sicherheit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017